Inklusion Handicap ist der Behindertendachverband der Schweiz. Wir setzen uns politisch und rechtlich für die 1,8 Millionen Menschen mit Behinderungen in der Schweiz ein. Wir setzen uns ein für Gleichberechtigung, Nichtdiskriminierung und Selbstbestimmung. Und diese Selbstbestimmungsinitiative der SVP hat so überhaupt gar nichts mit Selbstbestimmung zu tun. Denn es würde die Europäische Menschenrechtskonvention gekündigt oder gebrochen werden. Und das ist für uns ein wichtiges Instrument, um sich gegen Diskriminierung einsetzen zu können. Deshalb sagen wir ganz klar Nein zu dieser Selbstbestimmungsinitiative.